So, ein Bottle-Flip-Trick. Jawohl. Yeah! Ja moin, Milfhunter-Boy is back from the dead, from the bread, mit super guter Bildqualität. Nach fünf Monaten, eigentlich wollte ich so einen Jumbo-Schreiner Maxi Mangawash machen. Aber es könnte jetzt ein Meme werden, wie sich Baki das Video vorstellt. Also, und wie es denn wird? Und das ist so ein Screenshot von diesem Video mit super beschissener Kamera, die irgendwie kaputt ist und scheiß Lichteffekten. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ja, eigentlich wollte ich über 20 Themen, so 20 Themen in 20 Minuten Video machen, aber das ist ja viel zu viel Aufwand für mich. Check ich ja nicht. Aber im Supermarkt, das checkt man nicht. Ja, also, höre ich auf so dumm zu reden und fange gleich an mit gewissen Themen. Das sind ja zwar nicht 20 und ich werde auch nicht eine Minute über ein Thema reden. Allerdings, ja, nichts Bearbeitung, ein paar Links in der Beschreibung, falls ich über irgendwas rede und dann sage ich, ich werde es verlinken. Vielleicht steht der Name von irgendwen oder irgendwas irgendwo. So, aber das war es auch schon. Ja, ich fange gleich an mit, nicht nach einer besonderen Reihenfolge, einer Nazionotei. So, heißt Seven Deadly Sins. Äh, da läuft ja jetzt die zweite Season und es ist irgendwie scheiße. Vor allem die ersten fünf Folgen. Wenn ich nicht so faul werde, hätte ich gleich ein Video darüber gemacht. Weil auf Netflix, weiß ich nicht, mit meiner Schwester Cher, ähm, gibt es nur die ersten vier oder fünf Folgen. Ich glaube, es sind vier Folgen. Entschuldige. Die Filler sind super beschissene Filler. Und das sind die einzigen auf Deutsch im Moment, wo ich das geschaut habe. Das waren ungefähr, keine Ahnung, wo schon zehn Folgen draußen waren. Und ich wollte mich fast erschießen. Und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was ist denn da los? Ich kenne ja den Manga. Ich kenne ja schon seit Ewigkeiten. Ich bin ja up to date immer. Äh, aber ich lese die Bilder gar nicht mehr, weil die Sache ist. Andere zu viel in Hero Academia, wo ich heute auch nicht drüber... Noch nicht nicht... Ich rede über Hero Academia. Und jetzt über Nanazona Thaisa in Hero Academia. Ist alles so oder so. Aber in Nanazona Thaisa ist vieles so und ganz vieles so. Ein bisschen so vielleicht. Aber das war's auch. Äh, ich mag die Hauptfigur nicht. Ich mag ganz viele Charaktere nicht. Fast alle Serial Deadly Sins sind scheiße. Bann ist okay. Und natürlich Praise the Sun, Meme, irgendwas. Das bin ich nicht in den Kreisen, also checkt's keine Sau. Eskenor oder Luigi nenne ich ihn auch gerne, weil er sieht aus wie Luigi. Den Joke macht irgendwie keiner. Äh, ist super cooler Charakter, aber ist halt Badass. Und ja, und so Badass ist er auch wieder nicht. Die Animation ist scheiße. Liegt vielleicht daran, dass es dieselben Leute sind wie Sword Art Online. Also... Armer Gütesiegel auf Scheiße. Ich hasse Sword Art Online. Fuck. Hm. Ja. Und... An sich... Äh, ja. Also der Anfang ist super scheiße. Der Filler-Anfang. Keine Ahnung, was das soll. Warum nur der auf Deutsch ist. Ich kann's euch nicht erklären. Ähm... Die... Ähm... Es hat gute Designs und so weiter. Aber... Was ich euch empfehlen kann, falls ihr das irgendwie mögt, ist, äh... Kongo Banjo. Ich hab ne Review in der Beschreibung. Äh... Das ist einfach ein Manga, der eben vor der Nationaltizer ist. Also nicht Storyline-mäßig. Einfach der Zeichner von der Nationaltizer hat das vorgezeichnet. Viel besser. Viel geiler. Meiner Meinung nach. Kürzer. Bündiger. Ähm... Fuck me. Ich mach auch keine Cuts. Äh... Wie in Hero Academia haben die einfach so ne ganz dumme Superkraft. Keine Ahnung. Einer kann ganz viel beißen. Einer kann Feuer und Explosionen und so was. Und dann sind halt die Kämpfe. Und es ist auch ne kurze Manga. Also ich glaub elf Volumes. 100 Kapitel. Ist super. Äh... Komischerweise fast schon besser gezeichnet. Bessere Charakter-Designs. Äh... Da geb ich wirklich mein Siegel drauf. Das ist viel besser Charakter-Design. Es gibt, kann man sagen, den Charakter-Bann einfach nur in cooler. Mit so ziemlich den gleichen Charakter. Äh... Also er ist wirklich super gleich. Ähm... Und ja. Keine Ahnung. Ist viel besser. Und es genau ist cool. Und ja. Und super viele Gegner sind wie Meliodas. Und ich hasse Meliodas. Ich finde ihn richtig scheiße. Und fast alle Gegner sind ne Kopie von Meliodas. Es gibt so ne schwarze Kopie von Erben. Dann gibt's äh... Esther Rosa. Diesen großen. Fuck me, Alter. Könnte keinen neuen Charakter-Designer. Was ist denn los? Ja. Äh... Hero Academia. Zweitsthema. Hui. Äh... Ja. Ist... Ist okay. Das Problem ist so ähnlich wie bei Avengers zum Beispiel. Es gibt nichts wirklich Negatives zu sagen. Ähm... Deswegen... Nervt mich irgendwie super in Filmen. Und mir nervt dieses Geräusch bei mir selber. Das ist... Wah. Scheiße. Also... Ähm... Äh... Ist viel Arbeit dahinter. Für Woche für Woche. Ähm... In jede Episode denkt man sich ja da war jetzt viel drin und das war jetzt geil. Was auch irgendwo Problem ist. Weil es geht sehr schnell vorbei und äh... Gewisse Kämpfe fühlen sich sehr kurz an. Sowohl gegen maskulär diesen Typen. Ich habe ja schon gewusst was passiert. Aber irgendwo ähm... 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 Das habe ich zu sagen. Super viele Flashbacks. Das ist super scheiße. Vor allem seht ihr euch wirklich. Ähm... Das ist wirklich One Piece Level. Wie viele zurückblenden wirklich einfach insgesamt sind. Meistens ist die erste Folge einer Staffel. Also der zweiten Staffel oder der dritten Staffel war das so. Einfach die erste Folge. Ist einfach der Wecap von der vorigen Staffel. Und das sind einfach die ganzen Flashbacks. Ich persönlich mache ja auch einen Manga. Und immer wenn ich eine Szene erkläre, dass das geschehen ist, zeichne ich das einfach neu. Aber auch der Mangaka, ähm... Der verwendet das einfach so. Ähm... Der macht einfach einen schwarzen Hintergrund. Und genau dieselbe Szene macht er dann nochmal. Selbst wenn eine Speed-Schwabel drin ist, wird er dir einfach Weiß machen. Das sieht einfach super scheiße aus. Ich weiß, es ist ein Zeitproblem. Aber... Fuck. Also, äh... Ich mache einen Cut, weil ich habe keinen Akku mehr. Hui! Hui! Ich weiß nicht, ein schwul Übergang, ey. Hui! Back from the bed. Äh... Yes. Äh... Talking about beds. Äh... Ladies. Ich denke, das ist auch ein Thema. Ihr seid ja super interessant in mein Love-Life. Ich glaube, das ist auch ein Scheiß-Anime. Ähm... Ja. Es läuft ein bisschen besser. Es ist ja nichts. Aber... Bisschen. Ein bisschen. Also, das ist auch ein wichtiges Thema. Und ich rede so Meme-Boy-mäßig. Fühlt mir gar nicht. Eigentlich rede ich ja steirisch. Und das ist ja auch wieder übertrieben. Vor der Kamera ist man einfach irgendwie so komisch. Komisch. Aber meine Haare gefällt mir heute gut. Ich habe sie mir vor kurzem geschnitten. Und ja. Also, äh... Puh! Ja, für fünf Monate ist eigentlich ziemlich wenig Content, was ich sagen kann. Außer eine Serie, die super, super gut ist. Auch über Frauen, aber nicht mehr unbedingt sexuell. Obwohl die Serie super viel über Sex ist. Crazy Ex-Girlfriend. Ist jetzt komplett aus dem Kontext gerissen. Aber mir egal. Ich liebe diese Serie. Äh... Eine Menschen-Serie. Ausnahmsweise. Äh... Echte Menschen? Boah! Was denn los? Ja. Ich weiß. Ganz komisch. Echte Menschen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ähm... Ist auf Netflix. Wie gesagt. Durch die Schwester habe ich Kontakt dazu. Ich kann es mir auf Illegal TV auch anschauen, wenn ich wollte. Wollte. Und ja. Es gibt drei Staffeln. Die ersten zwei... Äh... Eine Folge ist ungefähr eine Stunde. Und zehn Folgen pro Staffel. Und die sind auf Deutsch. Und die dritte ist halt auf Englisch. Und es geht darum, dass ein Mädchen eben... Äh... Die ganze Zeit nur aufs Job konzentriert ist und so weiter. Auf Geld. Nicht glücklich ist. Und... Also ich denke, okay. Scheiß drauf. Ähm... Da ist dieser Ex-Freund, auf dem sie nicht wirklich steht. Aber sie projiziert einfach so ihre... Ihre Träume auf den. Und dann kommt sie in... Sieht dann um. Und ja. Und die Kamera hat glaube ich gelaggt. Hat sie gelaggt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Oder die Serie ist... Ich... Ich... Ich komme nicht so überzeugt drüber. Aber ich liebe sie. Ähm... Comedy-Faktor ist ein bisschen... Mäh. Aber... Ähm... Das ist voller Musicals. Aber auch... Gewisse. Vor allem das erste, was ein super Abtörner ist. Das erste Lied in der Serie ist... Mäh. Aber ganz viele Lieder, vor allem beim zweiten Mal hören, sind zum Arschablachen. Wirklich ganz viel über... Keine Ahnung... Äh... Meine Lieblingslieder sind wirklich die einfach darum gehen, dass die Rebecca, die Hauptfigur eben verarscht wird von den Männern, wie oft sie gefickt wurde oder irgendwie sowas. Das ist so ein Premium. Äh... Und es ist wirklich Charakter-Drama. Es ist nicht so eine Sitcom-Scheiße. Äh... Äh... Wie heißt sie? Rachel Bloom im echten Leben. Äh... Ist einer... Wenn ich eine Frau wäre, wäre das mein Vorbild. Sie ist so cool und lustig. Äh... Ähm... Ähm... Ich weiß auch nicht. Frauen sind immer so... Ähm... Man denkt... Der Humor kommt so rüber, als ob sie einfach Männer verarschen. Und... Männer können auch Frauen verarschen, aber können sonst auch guten Humor. Und sieht sich wirklich mal alle Superhelden an und alles. Das sind alles Männer. Und selbst die weiblichen Superhelden... In Avengers zum Beispiel... Äh... Äh... Crazy Ex-Girlfriend Premium. Seht euch nicht die Trailers an und überspringt nicht unbedingt die erste Folge. Aber seht sie euch an mit Vorbehalt und seht euch dann gar nicht die zweite Folge an. Und wenn es euch dann nicht gefällt, meinetwegen. Aber die erste Folge ist ein bisschen meh. Ich glaube da haben sie sich noch nicht ganz gefunden gehabt. Ähm... Aber ja. Premium geil. Und die Rebecca Bunch hat ziemlich fette Boobies. Also das ist ein guter Sprichwort. Äh... Ich verwende ganz das Sprichwort. Das meine ich gar nicht. Ähm... Ja. Ich habe tatsächlich eigentlich wegen dem weitergeschaut. Und dann eben ganz viele Reviews geschaut. Im Internet. Und fast alles sind Männer. Und es ist wirklich eine Frauen-Frauen-Serie. Also... Die sagen dann immer, ja es ist so ein bisschen für Frauen oder sowas. Es ist wirklich... Es geht um eine Frau und Liebesscheiß und irgendwie sowas. Was mich nur interessiert. Irgendwo. Äh... Nicht auf die Weise. Aber es ist einfach interessant zu sehen von anderen Seite. Und wenn man dafür offen ist, ist es interessant, lustig und es ist ein gutes Charakter-Drama. Und die Songs sind richtig geil. Keine Ahnung. Ich... Es ist ein bisschen peinlich. Aber die Songs sind... Äh... Es sind locker 120 Songs in allen drei Staffeln. Premium Songs. Äh... Meistens. Äh... Mein Favorite wäre, glaube ich, Feeling Kind of Naughty Today. Und... Ähm... Getting By. Äh... Ja. Äh... One Piece. Ja. Uh. 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 One Piece ist... Gut. Äh... Ähm. Ähm. Wano kommt jetzt irgendwie. Und das ist auch cool. Und Big Mama auch cool. Aber irgendwie... Ja. Was auch nicht. Eben. Kindische Serien können mich nicht ultra hypen. Aber One Piece ist einfach... Ich schaue das eigentlich nur wegen den super, 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 super guten Charakterdesigns. Die wirklich... Top Notch sind. Aber irgendwie die Spannung und die Kämpfe. Vor allem die Kämpfe sind Shit. Äh... Die Kämpfe sind irgendwie... Ich weiß auch nicht. Äh... Es gibt zwar coole Szenen. So wie... Jetzt äh... Im neuen Kapitel, wo Zorro mit so einem kleinen Minischwert wie... Damals Mihawk ihn aufgeschnitten hat. Äh... Mit so einem kleinen Minischwert wirklich ein Haus in zwei Hälften schneidet den Menschen gleich mit. Äh... Geile Szene. Aber... Kämpfe an sich, die wirklich... Äh... Sich heraus... Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so war. Und ich glaube, ich habe gerade 10 Minuten super geil, super sexy geredet und die Kamera war aus. Ich muss jetzt kurz nochmal checken. Also jetzt mache ich nochmal einen Cut und nochmal einen Cut. Geil, oder? Ja... Ja... Moin! Die Kamera war nicht aus. Aber die Kamera ist Shit. Die Kamera... Äh... Ich rede die ganze Zeit... Ähm... Komplett asynchron. Fuck... Me! Ja... One Piece is One Piece. Ähm... Ja... Äh... Äh... Puh... Was gibt's denn noch in diesen 6 Monaten? Äh... Gigant! Das ist irgendwie lustig. Ich habe ja ein Video über Gigant gemacht. Äh... Von Hiwo Oku, diesem Manga. Das ist das vorletzte Video. Und... Äh... Ich habe irgendwie ein komplettes Video drüber gemacht, was eigentlich für Qualität spricht. Aber es ist komplett ass. Es ist wirklich... Es ist ziemlich... Es ist eigentlich wirklich das Kompliment. Äh... Ziemlich viel Ass und Hits. Aber... Das war es irgendwie. Also... Äh... Hiwo Oku ist zwar ein langsamer Zeichner. Also... Ähm... Ich meine... Storytelling von ihm ist langsam. Und ich muss niesen. Aber ja... Es ist irgendwie scheiße. Und in Gantz sind super viele Aliens gestorben. Und Leute. Und... Man hat sich sofort wieder vergessen. Oder neue Aliens. Und... Das ist ein bisschen wie... Äh... Mir fällt jetzt kein Witz ein. Aber... Äh... 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 Heubei sind jetzt überall. Weil eben jetzt ist geregnet. Was sein aufgehört hat. Und... Die Leute. Weil das Gras jetzt trocken ist. Können sich jetzt Heuballen machen. Das ist ein neues Thema. Ich mag gerade Fahrschule. Ziemlich... Shit. Es ist super anweilig. Ich mag fahren. Sag ich nix. Aber scheiß Fahrregeln. Also... Falls ihr auch so ich wie ich seid. Ich bin jetzt eineinhalb Monate. Fast zwei Monate dran. Und schlaf ein. Und irgendwas mit 40% oder sowas. Äh... Kompliert. Also... Äh... Wenn ich einen richtig hab. Mir kommt vor es ist viel mehr. Aber irgendwie steht da unten irgendwie 40%. Und man braucht's... Ich weiß auch nicht. Wenn ich mir da die Balken ansehe. Dann werde ich äh... Depressiv. Aber irgendwie habe ich jedes Modul sozusagen 10.000 Mal gemacht. Aber irgendwie sieht alles scheiße aus. Fuck me. Und wenn man was äh... Was schon mal richtig war falsch macht. Dann wird's wieder falsch. Und man kriegt weniger Prozent. Also kann man zwei Stunden in etwas investieren. Und wird dann von der Prozentezahl schlechter. Premium. Ich mag... Gern... Brezeln. Ähm... Weil in Crazy Ex-Girlfriend sind... Brezeln ein Symbol. Weil am Anfang ist so eine Brezel. Da ist sie droben. Und dann am Ende... Äh... Äh... Zwar am Anfang meine ich. An der dritten Staffel. Tretet sie auf eine Brezel. Und dann ist... Dann ist... Dann ist out. Dann ist... Ja... Die dritte Staffel ist super depressiv. Von Crazy Ex-Girlfriend. Habe ich noch Themen? Durchaus. Die... 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 Die Godzilla sind back. Ich schau grad auf einmal in meinen YouTube-Verlauf. Äh... Nicht Gorilla. Nicht Godzilla. Sondern Gorillas. Äh... Das sind so eine Band. Mit so komischen Zeigenzielen. Die super komische Musik machen. Äh... Ich kann das gar nicht erklären. Ich weiß auch nicht. Nicht unbedingt schlecht. Nicht unbedingt gut. Ganz komisch. Äh... Das einzige gute Lied. Äh... Und ähm... Ich hab... Was ich dazu sagen kann. Die Charakterdesign sind vielleicht okay. Und die Animation von diesen Figuren. Ähm... 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 Wenn ihr nicht wisst, über was ich rede. Ähm... Das ist... Ja... Ich link's einfach in der Beschreibung, wenn ihr euch interessiert. Äh... Und ja... Hm... Die Storyline von diesen Figuren ist ziemlich lame meiner Meinung nach. Äh... Ziemlich Fanfiction-Scheiße. Äh... Und genau. Äh... Einer ihrer beliebtesten Songs heißt ja Cleaned Eastwood. Äh... Und äh... Wo ich mir immer... Ich kann mir das Lied nicht anhören. Das ist wirklich wie... Wie Teletubbies Web. Äh... Ich link das unten hin. Äh... Äh... Und wo sie in so einer Kindershow iCarly oder Hannah Montana wappen. Und da ist so ein Wapper. Furchtbar. Zum... Achiersten. Äh... Ich hab Husten. Husten ist krank. Hui. Hoi. Hui. Ähm... Ja... Was gibt's denn noch? Irgendwas mit dem Rotor ist eigentlich ziemlich lame. Muss ich zugeben. Äh... Das furchtbare Charakter-Designs. Memes, memes, memes. Memes, memes, memes. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin Idiot. Baki. New. Netflix. Scrappler. Ist draußen. Hui. Hi. Hoi. Hm. Ist okay. Ist okay. Äh... Ich hab ja in IMV drüber gemacht. Äh... Link ich auch unten hin. Und war super unfuckt. Äh... Und ich will jetzt nicht von Thema zu Thema springen. Ich rede jetzt Baki fertig. Äh... Ich hab nur Movie Maker. Was super shit ist. Äh... Und wenn man da viel bearbeitet. Wird das Programm co-opted. Und damit man das vermeidet. Sollt man einfach die ganze Zeit abspeichern, abspeichern, abspeichern. Und rendern. Und rendern und rendern und rendern. Und einfach dasselbe File 10,000 mal rendern. Und es geht die ganze Zeit. Ähm... Ich hab keine Ahnung. Ich bin zwar super 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 großer Baki Fan. Aber irgendwie... Nicht dass ich es zu Tode gesehen habe. Aber... Ich kann nichts wirklich dazu sagen. Weil was nicht so analytisches Zeug ist. Ähm... Ich denk... Ich mach irgendein Video vielleicht drüber. Irgendein analytisches Video. Weil... Ganz wenige Leute, die über Baki reden, meinen sogar Baki ist irgendwie was schon dumm und kindisch. Aber es ist für mich einfach super deep. Soviel der Endkampf Yujiro gegen Baki ist... Ist... Was ich noch nie gesehen habe. Au... Ui... Ich blute in der Pause. In der Werbepause. Ja... Ähm... Ich hab irgendwas über Yujiro geredet. Aber eine Minute lang. Und vielleicht war es ja voll gut. Aber ich werd's nie erfahren. Weil äh... Die... Äh... Speicherplatz war voll. Äh... Jesu... Und... Ich hab die Realision gehabt. Ähm... Dass einerseits werde ich drüber separate Videos machen. Und es bringt ja nix. Andererseits sieht's auch Casau. Wahrscheinlich 10 Klicks. Und drittererseits bin ich zerstochen von Wespen. Äh... Ich bin zu dumm um ein Bild einzufügen ohne das Video zu stoppen. Aber seht's euch, das fand ich ganz genau an. Ganz genau. Mit der... Mit der Detective Conan Lupe. Und ihr werdet sehen, irgendwo werde ich versteckt haben mein geschwollenes linkes Auge, was von einer sexy ass Mücke gestochen wurde. Äh... Äh... War komischer Tag. Ich bin von der Arbeit aufgestanden. Und dann war ein Mückenstich in meinem Auge. Und überall anders auch. Ähm... Nein. Äh... Wirklich. Überall. Ziemlich. Zehn. Locker. Und im Auge ist es halt voll geschwollen. Und ich hab rausgesehen wie ein verprügelter Boi. Allerdings... Ähm... War ich keiner. Ja. Das war's. Also fünf Monate ist nicht viel passiert. Jetzt hab ich grad frei. Äh... Was der Grund ist für das Video. Obwohl... zugegebenermaßen das kein Aufwand ist. Ja... Äh... Hm... 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 Also... Äh... Ich... Ich bin ja mal... Ich bin ja mal... Out of K... Äh... Oder wie das heißt... Wenn man bei League of Legends oder sowas... So das Mikrofon und sowas... Absetzt. Und... Äh... Alles jetzt.